guten tag meine damen und herren ich habe wieder ein info video für euch ja zuerst mein frohes neues jahr euch allen 2013 naja ok was ist denn jetzt los black screen of dead ok jetzt hat sie wieder gefangen das farbschema wurde auf windows 7 basis gehen das ist immer wieder super ok ja ihr seht was ich hier habe ein kanal und zwar heißt der kanal yanker games warum yanker games ganz einfach auf diesem kanal kommen jetzt alle videos die unkommentiert hochgeladen werden das heißt ja keine let's plays kurz gesagt und ich wurde fast hier so ein ding ist das ist irgend so ein pop-up oder so irgend so scheiß den ich nicht installieren kann und ich weiß nicht was heißt das kennt ja jeder hoffe ich zumindest naja auf jeden fall das ist ich sage ich sage irgendwie immer auf jeden fall bei meinen info videos fällt euch das irgendwie auf naja auf jeden fall werde ich hier alle unkommentierten let's plays hochgeladen also das ist kein neues was denn jetzt schon wieder alles muss raus deine mutter muss raus so also es kommen alle alle unkommentierten spiele hier rein in die auf diesen kanal habe schon limbo angefangen den ersten part und fallout 3 wird kommen nach limbo aus dem grund weil er manchmal habe ich keine lust auf netz plays und da finde ich das als eine gute alternative dass ich mal einfach mal unkommentiert was aufnehmen ohne dass ich mal was sprechen kann also zum beispiel wenn ich krank bin oder so und nicht aufnehmen kann dann habe ich halt diesen kanal noch als alter singles ja das eine mode ist ein single da habe ich halt noch diesen kanal als alternative und zwar auf diesen kanal kommen auch regelmäßig videos hoch und zwar muss ich jetzt gerade so mehr schnell ausdenken wann wann wollen wir denn da etwas hochladen jeden tag habe ich habe ich mir vorgenommen ich glaube das kann ich nicht einhalten dann würde ich sagen alle zwei tage wird der neues video geladen in der regel mal schauen vielleicht auch nicht kommt drauf an wie viel zeit ich habe ob ich keine zeit habe wegen schule da ist es auch noch ein bisschen frage ich glaube ich dann noch was hochladen kann und ja also hier wieder wie gesagt der neue kanal yanker games also den habe ich hier dann auf meinem kanal verlinkt ich muss jetzt noch ein bisschen hier draufklicken also ich muss den kanal hier dann noch auf meinem hauptkanal verlinken also hier kommt es dann später hin mein kanal den will die dann auch sehen dann nach diesem video werde ich das noch schnell anpassen also hier kommt dann mein kanal halt noch hin und ja kommen wir nun zu meiner let's play planung was 2013 kommen wird aber zuerst muss ich kommt hause wenden ok hier ist die liste und ich muss hoch scrollen moment so das kommt 2012 ok das kann 2013 auf dem yanker kanal kommt es janker lp kanal werden wir erstmal die momentan projekte fertig machen also kristall pokémon kristall ist ein pandora tomorrow und minecraft würden fertig gemacht und limbo auf dem yanka games kanal genauso anschließend fangen wir mit team ford 2 an muss kurz pause machen so was aber auch naja wo war mal team ford ist 2 also bei team wir werden team ford 2 weitermachen 50 parts oder von uns fertig machen nochmal 50 parts für das erste da wieder vergessen hinzuschreiben so dann noch zwei klammern hin nein kein acht so jetzt meint es mitte in der aufnahme obwohl ich das gar nicht machen wollte naja also 50 parts team ford ist 2 danach kommt pokémon pearl und natürlich auch feiertag specials das kommt auf dem yanker lp kanal und auf yanker games nach limbo wird fallout 3 gestartet das sind nur die sicheren projekte die auf jeden fall kommen es kommt noch was hinzu wenn wir das hier abgeschlossen haben das werde ich euch dann wieder bei einem neuen info video sagen oder bescheid geben ja soweit zur planung ihr merkt wahrscheinlich an meiner stimme dass ich noch ein kleines bisschen erkältet bin vielleicht aber auch nicht mal schauen ich gebe mir gerade ziemlich mühe dass es qualitätsmäßig in ordnung ist also bei dem kanal werde ich also bei dem alten kanal werde ich er kriegt bald ein neues mikrofon und da wird die soundqualität meiner sprache besser werden bei dem kanal ja da kommen kann man nichts großes verbessern da ist es ja eigentlich nur spielen das geht eigentlich ganz schnell voran also ich gehe davon aus dass es auf diesem kanal mehr das auf diesem kanal mehr los ist als auf dem kanal aus dem grund ja wegen meiner motivation während der schule und ja das ganze zeugs halt eben stress da hier noch ein bisschen was zu kommentieren das ist schlecht da wäre der kanal ein bisschen passender also auf diesem kanal wird wahrscheinlich mehr laufen als auf dem kanal soja das war es schon mal das info video ich wünsche euch noch einen schönen start ins neue jahr beziehungsweise ja einen schönen januar noch wir sehen uns dann in oder wir hören uns dann ins kristall let's play wieder ich werde morgen weiter machen damit mit kristall und minecraft das bin es vielleicht nicht das bin es ja machen wir weiter wenn schule wieder anfängt also am sechsten januar werden damit fertig werden soweit werde ich mein kopf weitermachen nur so als planung gut also dann wünsche ich noch einen schönen tag und noch einen schönen januar und dann sehen wir uns bald wieder also leute macht's gut ciao